Herzlich Willkommen. Wir sind hier natürlich bei Seven Days. Kurz nach unserem kleinen Sechser-Quest-Trip. Ich bin hier gerade dabei, alles wegzuräumen. Das ist der Rest hier. Wir müssen jetzt gleich aber einmal gucken. Wir müssen uns noch kurz den Schmieden kurz gucken. Die stecken wir mal kurz wieder ein, damit wir die alle wieder vollkriegen. Wir waren ja schließlich unterwegs. Und zweitens müssen wir mal aussortieren, was wir brauchen, was wir verkaufen. Aber das kriegen wir alles hin. Kein Problem. Und unsere Drohnen, die haben wir jetzt in 5, da wollen wir natürlich auch noch. Die Mod bauen, damit unsere 5er Drohne benutzen können. Gut, aber räumen wir jetzt mal kurz den Rest hier weg. Und den kümmern wir uns drum. Nehmen wir das Ding hier mal aus der Hand. Das meiste habe ich schon weggeräumt. Und Level-Upa hatten wir, glaube ich, auch zwei Stück. Jojo, das hatte ich noch gar nicht verteilt. Ich glaube, den gehen wir erstmal in Durchbohrer. Können nämlich auch sehr, sehr helfen. Ignoriere mit Feuerwaffen und Bögen, Armbrüsten, 10% der Rüstung. Und mit Ziel für Rüstungsringe um 20%. Sechste Mai. Da haben wir die zwei rein. Hier haben wir 30%. Und Panzerbrechende Munitionen kann mit Jagdunterhebel oder Scharfschützengewehren einen zusätzlichen Gegner oder Block mit bis zu 500 Gesundheitspunkten durchbohren. Da wird später sowieso bei der Hordenbase mit Scharfschützengewehren arbeiten. Passt das alles sehr gut. Ähm, oh, Moment. Wo haben wir hier Gobbel? Da haben wir Gobbel. Dunkel. Und der Rest geht, glaube ich, ist wie so alles rüber. So, einen Moment. Wir haben noch ein paar Parts. Dankeschön. Dann haben wir hier ein bisschen Munimatz noch. Ein bisschen Papier und Stoff. Oh, Uschi ist auch da. Und hier, das ist unser Verkehrskram. Davon haben wir schon einen. Jo, Uschi, ich bin sofort da. Und die Sachen gehen natürlich auch rein. Dankeschön. Gut, kümmern wir uns einmal ganz kurz schnell um Uschi, bevor sie uns hier noch was kaputt haut. Dieses kleine Vehicle-Ding. Uschi, ich komme ja schon immer mit der Ruhe. Uschi, juhu. Zu Glück habe ich mein Auto reingeholt. Ja, Uschi, ich bin doch schon da. Immer mit der Ruhe. So, komm, rennen, Lady. Warst du alleine? Ich höre zumindest nichts weiter. Okay. Gut, man kann ja nichts haben, ne? Die, 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 die. So, dann gucken wir einmal kurz hier durch. Das dachte ich mir. Das sind die Eisenschmieden. Du kannst erstens mal wieder Stoll ansetzen. Da packen wir gleich neue Eisen rein. Dann ist es hier wahrscheinlich auch der Fall. Jo. So, die Betonmischer sind garantiert auch fertig. Der ist auch voll. Du lässt mal wieder Zement rauslaufen. Hat aber noch Stollen drin. Der hat ebenfalls noch Stollen drin. Könnten wir aber eigentlich auch nachlegen. Drüben gucken wir auch gleich einmal. So, erst mal, wir brauchen hier ein Euse. Bam, bam. Wir nehmen gleich vier mit. Wir brauchen das drüben eh. Das eisen auch wieder alle. Stollen kannst du mal kurz mitnehmen. Das sollte reichen. Dann nehmen wir mal drei mit. Damit wir das wieder am Laufen haben hier. So, das war Stollen. So, das war Stollen. Pack gleich rein. Danke. Hier noch einmal. So, haben wir die wieder voll. Und hier. Okay. Du kriegst auf jeden Fall wieder Eisen drin. Du genauso. Den Lüftern anmachen wir drüben mich auch gleich. Hier ist Beton. Es ist halt alles fertig geworden, während wir unterwegs waren. Der ist leer. Ich muss allgemein mal gucken und da kurz einen Bestandscheck machen. was wir haben, was wir nicht haben. So, der Block ist mittlerweile auch überflüssig, weil wir haben ja auf beiden Seiten mittlerweile Gänge nach unten. So, äh, Beton. Hau rein. Bitte. Eisen bleibt noch eingesteckt. Stein kann wieder rein. Ejo. Kurz noch ein Gobbel gucken. Gobbel haben wir jetzt nicht mehr so viel. Haben wir Gobbel angesetzt? Ich glaube nicht. Nein. 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 Und nein. Okay, dann setzen wir noch mal zweimal Gobbel an, würde ich sagen. Dafür brauchen wir auch ein bisschen Lähm. Ja, zweimal schon okay. Lähm geht zu Neigern, zwar ganz massiv. Ein, zwei. Passt schon. Und da Beton immer so lange braucht, können wir das gleich auch noch mal ansetzen. So, Gobbel. Haben wir mal 6.000, mein Freund. Danke. Hier auch noch mal. So, und da müsste ich jetzt echt mal gucken. Ich guck mal ganz kurz noch mal unten, wie viel Zement wir in den Schmieden haben. Ja gut, ist jetzt nicht allzu viel. Nimm mit. Nimm mit. Gucken wir mal kurz, wie viel. Dann sehe ich ja, wie viel Beton ich noch ansetzen kann. Weil ich glaube, wir hatten einen leichten Zementmangel. Eww. Ja gut, aber wir könnten 4.000 ansetzen. Entschuldigung. Aber 4.000 ist auch schon mal besser als nix, ne? Den nehmen wir auch mal mit. Nennen wir auch mal Sand mit. Sund. Danke. Der läuft zumindest noch mal 4.000 Beton. Noch haben wir ja auch. Das ist ja jetzt nicht so das Problem. Schön. Der läuft zumindest alles Wichtige wieder. Und dann kümmern wir uns jetzt erstmal. Ähm. Steuern soll der Restweg. Sand soll der Restweg. So, wir gehen gleich noch rüber. Wir kümmern uns jetzt aber erstmal. Da gucken wir auch gleich. Äh, äh, hier hab ich die 5er Drohne reingetan. Und ihr habt mich ja auch gefragt. Das hab ich selber auch gar nicht bemerkt, wo ich Drohne gelassen hab. Ich glaub, Drohne steht noch unten in der Tiefgarage. Das hab ich die ganze Quest über gar nicht mitgekriegt, dass wir Drohne gar nicht dabei hatten. Also ich hätte gar nichts in Drohne reinpacken können. Ich hab Drohne gar nicht dran gedacht. Ich glaub, Drohne steht mich echt noch hier, wenn sie nicht verschwunden ist. Das kommt ja gern mal vor, wa? Na, da steht sie noch. Da steht sie noch. Ähm. Yes, of course. Nein, Drohne, ich wollte dich einsammeln. Drohne. Uuuh. Es hat Drohne natürlich wieder. Danke. Die Angewohnheit hinter ein Herz geschwänzt. So. You know where I'll be, if you need me. So, ich will hier. Erstens. Die Sache rausnehmen. Die Drohne verkaufen wir gleich. Und hier. Oh, das ist grün drin. Okay. Packen wir die Mod rein und noch zwei dazu. Die schöne, gute Robotik-Drohnen-Fracht-Mod. Die Robotik-Drohnen-Fracht-Mod. Die Robotik-Drohnen-Fracht-Mod. Robotik, mein Freund. Äh. Doi sie doch. So, drücken wir mal verfolgen. Davon wollen wir jetzt noch zwei Stück bauen. Da haben wir zumindest etwas mehr Platz als in unserer alten Drohne. Das wollte ich. Die, 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 die. Kriegen wir hin. Die Sachen sollten wir alle haben. Das ist schön. Den brauchen wir einmal. Zehn Stohl. Ah, gut, die haben wir gerade eben so. Bip, 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 bip. Dunkel. Zwanzig Plastik. Äh, Plastik, Plostik und so. Ja, gut, die haben wir auch. So, acht Electrical Ports. Äh, jo, gut, haben wir mittlerweile über tausend. Das ist ja jetzt auch nicht mehr so das Problem. Und Mechanical Ports brauchen wir auch acht. Gut, da haben wir nur 300. Die sind gar nicht so häufig. Aber reicht. So, dann hauen wir mal kurz oben rein. Dann haben wir zumindest schon mal drei Sachen drin. Wie so Kühlbox. Die wollte ich. So, dann kann er die nämlich schon mal bauen. Und den. Äh, googeln wir einmal kurz. Wegen Verkauf. Allerdings will ich einmal. Die machen wir zur Farbe. Bei den Mods gucken. Und zwar haben wir ja schon so einige Mods doppelt. Die ist zum Beispiel doppelt. Die natürlich nicht. Die auch nicht. Ich will nur die Doppelten weg haben. War das die einzige, die wir doppelt hatten? Ne, ne, guck mal hier. Die haben wir schon dreimal, oder? Achtmal, achtmal, achtmal. Raus. Ansonsten haben wir auch nix doppelt. Okay. Den. Wollen wir mal gucken. Den behalten wir. Aber das hier kann alles wirklich zum Verkauf. Die Mods gucken wir gleich mal, dass wir sie noch irgendwelche Mods reingeballert kriegen. So, passt das wahrscheinlich nicht, ne? Ich glaube, die Achter geht mich nur aus Scharfschützengewehr. Ja, ja. Scharfschützengewehr haben wir die vielleicht im Bogen. Da bin ich mir nicht so sicher. Auch nicht. Okay, Mannix. Dafür schämen wir die so mit. Die kriegen wir hier so nix rein. Auch in die Pampi geht da nicht rein. Einmal kurz die Vorbeweg. Wir müssen gleich noch ein paar Reparatur-Kids machen. Ich will das Ganze nämlich reparieren. Damit wir ein bisschen mehr Geld rausholen. So. Die ist hier heule. Danke. Danke. Na gut, ein Reparatur-Kid haben wir noch. So, dann bomben wir dann nämlich auch noch ein paar. Wir schnappen uns. Warte mal. Warte mal, ist gerade ein bisschen Ergebnis da, ne? Ein Moment. Zwei Sachen kommen noch. Ach, pass, pass, pass. Wir schnappen uns erstmal ein bisschen hiervon. Wir schnappen uns ein bisschen Klebeband. Gehen eh gleich noch einige weg. Wir machen erstmal 30 Stück. Reparatur-Kid. So, dann machen wir. Rest kann wieder rein. Jo, die macht er. Die muss er eh erstmal herstellen. Ähm, wo waren die Dinger jetzt? Da oben, wo die Waffe liegt. Wir müssen die hier ja auch alle noch reparieren. Und den dürfte es zumindest ein bisschen Kleingeld geben. Die wollen wir natürlich nicht verkaufen. Warum hat der Gubbel? Hier sind sie. Bip, bip. Die kommen natürlich hier mit rein. Zack und zack. Und haben wir zumindest etwas mehr Platz in Drohnen. So, die werden wir natürlich ausstellen. Und, ja, ja, ja. Da haben wir zwei Reihen mehr, als wir vorher hatten. Das ist schon mal ein sehr guter Anfang. Ok, den steh hin. Und in der Zwischenzeit werden wir den D rüberbringen. Und sobald wir hier alles repariert haben, bringen wir das nämlich einmal kurz zum Händler, damit wir den Kram los sind. Wir haben zwar jetzt keine irre Soße. Ich werde jetzt auch keine irre Soße herstellen. Die ist mir zu teuer. Wir verscherbeln das so. Aber es gibt auch ein bisschen Kleingeld. Ähm, 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 ähm. Ähm, falsche Seite. Hier wollte ich runter. Wir werden jetzt einmal rübergehen. Nehmen mal Sprit da raus. Zur alten B's. Wie lange braucht der noch? Ah, braucht noch ein Männchen. Mal kurz die Smiden auffüllen. Und der wird ja wohl nachher immer so langsam. Darf ich fertig haben. Das muss leider mal gemacht werden. Wir wühlen uns sonst hier fest mit dem ganzen Kram. Die, 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 die. Aber die sollten wir öfters machen, die Sechser-Quest. Jetzt nicht jede Folge. Aber wir werden definitiv noch eine machen. Wir brauchen das Geld. So, du kriegst nämlich auch hier. Kannst auch gleich wieder Stoll ansetzen. Und du kriegst ebenfalls. Dankeschön. So, die brauchen noch drei Minuten. Ein paar Sachen haben wir noch. Jo, jo. Wofür geht denn überhaupt drauf? Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Na gut, das passt. 30 Stück stellen wir her. Alles gut und schön. Den holen wir uns in der Zwischenzeit. Den AirDrop. Damit ich nicht wieder vergesse. Ich will es erst reparieren, bevor wir es verkaufen. Der irgendwo hier, ähm... Ja, wir haben ja auch noch die Schätze. Weiß ich, weiß ich. Die haben wir da ja gelernt. Müssen irgendwo in der Wüste sein. Und es ist nach dem anderen. Ich muss hier jetzt erstmal vor Lastabwehr finden. Ist hier mitten im... Ne, doch nicht, ich will gerade sagen. Sah erst so aus, als wenn der mitten im Checkpoint ist. Hier geht's weiter. So, dem bin ich mal gespannt. Dann vielleicht noch ein paar letzte Bücher, die uns fehlen. Das wäre zumindest schön. Der ist mitten im Busch. Okay, einen Moment. Ja, okay, warte mal. Die fehlen uns noch. Fertigung von Schlagringe. Die fehlen uns auch noch. Elektrische Handwerksfechtgolden. Das können wir, glaube ich, mitverkaufen. Und hier, Fernkampfmods. Schon wieder die Achter. Den können wir auch gleich mitverkaufen. Den kriegen wir aber mit dem Bogen rein. Und den haben wir auch schon zu Hause, das weiß ich. Kriegen wir den in die Pampi? Nein. Kriegen wir den wahrscheinlich nicht hier rein? Ja, doch. Wunderbar. Und der Bogen, wo... Eh, eh, eh. Ich muss gleich echt tierisch aufpassen beim Verkaufen. Der kommt da rein. Wunderbar. Er ist auch gleich fertig mit dem Herstellen. Den erstmal zurück. Gut, ich bin mal gespannt, wie viel Geld wir da jetzt, ohne dass wir irgendwelche Sachen benutzen. Vielleicht noch ein Magnum. Die müsste ich... Wir haben keine. Ich habe die an dem Magnum aufgehoben. Okay, hat sich erledigt. Aber gut, dann machen wir es nochmal. Die, 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 die. Den gucken wir mal. Dürfte auf jeden Fall... Dreh doch nicht immer weg, Junge. Und ein bisschen Kleingeld geben. Ich wollte nur hier durch. Mehr nicht. So. So, da ist unsere Ordenbase. Jetzt weiß ich auch wieder, wo wir sind. Wollen wir hier hin? Dim, 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 dim. So, wir können schon mal hinfahren. Immer dieses schlechte Wetter hier. Das ist halt furchtbar. Oh, einen Moment. Äh, den kriegen wir doch bestimmt auch irgendwo rein, oder? Haben wir keinen Knüppel oder sowas? Echt nicht? Können wir in die Schaufel simmeln. Dann geht. So, repariert, haut er alles. Den, also hergestellt, meine ich. Oh, mal kurz. D muss auch repariert werden. D war auch repariert. D noch, D noch, D noch. Och, äh, der. Danke. Na, zumindest wird das Wetter besser. Jetzt muss ich nur aufpassen beim Verkaufen. Dass ich ja auch nichts Falsches verkaufe. D, 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 D. Damn, you smell like a dead. My Shop, my Rules. So, die kriegen wir sowieso n'n längst vor rein. Die kommen weg. Das ist nicht unsere Nen. Nein, nein. Die kommen weg. Die kommen weg. Die da sowieso. Doch, wir hätten Knüppel gehabt. Aber egal. Die Schaufel geht auch. Das kann rein. Das kann rein. Die, der. Der kann weg. So, der kann weg. Das war unsere alte Drohne. Ich weiß, wir können den Kram zerlegen wegen Rüstungsparts und so, aber jetzt im Moment hat Geld Vorrang. Das nicht. Die kannst du noch. So, meine Sachen habe ich noch alle, oder? Nicht, dass ich jetzt ausgesehen, was ich verkauft habe. Bora ist ein Motorrad. Das ist unser Akkuschrauber, Machete. Ne, unsere Sachen haben wir noch. Okay, es kommt immerhin 14.000. Die Sachen bleiben eh zu Hause. Die können da jetzt mal drauf. Dann passt das. Schön. Yo, Reddy. Das musste mal gemacht werden. Geschwär dich nicht. Immerhin sind wir auf Gamecatch 253. Und Zombies haben wir mit auch schon 7.311. Dann hat man nicht die letzte Rorde. 98, ne? Glaube ich. Da müsste 105 oder so die nächste sein. Gut. Den fahren wir einmal zurück. Aue. Aue. Schön, 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 schön. Ich will mich hier gleich nochmal um die Felder kümmern, damit wir da mal ein bisschen was in die Kisten kriegen. Damit wir mal ein bisschen Vorrat ansammeln. Okay, Geld geht erstmal wieder bei Money rein. Das geht jetzt immer noch nicht viel, aber zumindest ein bisschen mal wieder. Und der Rest natürlich hier im Parts waren hier. So, schmeißen rein. Und das geht mal in die Medizin rein. Und da müsste ich auch mal gucken, weil ich habe schon ein Teil hier drin, weil das oben nicht mehr passte. Da schnappen wir uns jetzt einmal kurz geschmiedet ist Eisen und Stahl. So, den ist dort Thema nämlich erledigt. Dann können wir nämlich den Krom hier, da oben glaube ich, wieder mit reinpacken. Der ein Prost hat nämlich. Oh. Wenn die jetzt voll ist, ja, dann müssen wir die da unter benutzen. Aber so geht erstmal. Gut, wir schnappen uns jetzt unser schönes, gutes Sammelset. Das wäre dos, dos, das und dos. Na gut, die haben wir alle noch gar nicht auf dem Feld, ne? Das soll aber noch. Ziehen das gute Stück an. Und kümmern uns einmal, muss sein, um die Felder. Jetzt hat er schon wieder Durst. Wovon, Junge? Du bist doch bis jetzt nur sinnlos durch die Ginkie gefahren. Ähm, doch. Dann haue ich ja erstmal die Sachen vom Feld, Mensch. Ich glaube, insgesamt hatten wir immer 35. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Mal gucken, wie viele Sohnen wir rauskriegen. Sieht ja nicht so doll aus im Moment. Das ist aber trotz Rüstung immer noch ein bisschen Glückssache, wie viele. Dankeschön. 20, okay, das kriegen wir hin. Dann können wir mal 15 herstellen. Dann passt das. So, sehen wir wieder rauf. Ja, das muss sein. Wir müssen ja auch ein bisschen, sonst haben wir halt irgendwann keine Zutaten mehr. Vorräte anlegen. Immerhin gehen wir Richtung harten Winter. Aber krücheln müssen wir jetzt im Moment nicht unbedingt was. So, jo, 35 stimmt. Den, oh, mal den hier. Okay. Okay. 16 haben wir ja schon. Das ist echt immer unterschiedlich, weil man bewusst das erste Mal ausprobiert hat mit dem Set Glückssache. Naja, immerhin 21. Wir empfehlen aber immer noch 14. Okay, ein Moment. Die 14 machen wir gleich. Uschi, uschi, uschi. Kann man hier nicht einmal in Ruhe arbeiten? Musst du immer Radar machen? So. Entschuldigung, 14, ne? 14 Stück, die noch? 15 Stück, die noch? Bi, 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 bi. Aber es sind trotzdem deutlich mehr. Sonst hatten wir immer nur 8, 9 Stücken. Manchmal vielleicht mit Glück 10. Dankeschön. So, aber immer noch jede Menge übrig. Dort ist gut. Paragraf, paragraf. Dann kommen jetzt die guten Kartoffkis dran. Die Pilze haben hier mal wieder den Lehm vergesen. Ah, die Kartoffeln scheinen ergiebiger zu sein. Obwohl, auch nicht wirklich. Okay, okay. Da füllen 11. Aber die 11 kriegen wir auch hin. Äh, Kartoffelsort. 11 Stück. Okay. So, und geh. Do. Dankeschön. So, und Pilze haben wir gleich. Dafür brauchen wir einmal Lehm. So, aber hier weiß ich gar nicht, wie viele wir hier hatten. Was sind 1, 2, 3, 5, sind das? Jo. 5, 4 hatten die Reihe komplett voll. Und hier sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Haben wir 40 Stück drauf? Okay. Hätte ich nicht gedacht. So, doch ein bisschen größer. Ich war mir der Meinung, das fällt hier jetzt kleiner. Aber das kommt, wenn man nicht zählt. Wenn man einfach nur nach blassen Dunster anpflanzt. Okay, füllen wir trotzdem 13 Stück. Die nehmen wir nochmal. Hm. Aber trotzdem. Es geht jetzt einfach nur darum, den Vorrat in den Kisten mal etwas aufzufüllen. Kochen müssen wir noch nicht. Hm. Ja, hier unter ist die Tiefgarage. Dessen zeige ich das wahrscheinlich rot an. Dankeschön. Und ich brauche einmal kurz ein bisschen Lehm, bevor wir die Pilze machen. Lehm wird langsam echt Mangelware. Noch mal so nebenbei bemerkt. Lehm, 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 Lehm. Lehm? Lehm. Oh, ich weiß, ist viel zu viel. Pack das mal noch dort. Das kannst du da mal mit draufpacken. Hier, pack mal runter. Semmel wir die Pilze für mich jetzt auch noch einmal ab. Haben wir zumindest alles nochmal fertig gemacht. Äh, falsche Säude. Hier. Dankeschön. Wo ich bei den Pilzen überlegen bin, unten in der Tiefgarage vielleicht so einen kleinen versteckten Raum, wo wir uns scheinen kleine Pilzzuchtanlage aufbauen oder so. Und hier denn später Jucke oder sowas drauf machen. Aber im Moment bleibt es erstmal so. 27 haben wir. Also, wir finden noch ein Stück. Oh, das ist trotzdem schon mal sehr gut. Dann machen wir auch. Do. Schön, den hätten wir das. Den können wir dann nach unten pocken. Das können wir wieder unziehen. Wunderbar. Naja, ein bisschen was kam raus. Das ist doch schon mal schön. Mann, das ist das zweite Mal, dass wir heute Regen haben, ne? Das ist ja schlimm. Oh, richtig düster ist es hier drin. Wir haben auch kein Licht an. Gut. Den, 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 den. Pau mal kurz rein hier. Erstmal. Mois geht hier drin. Zumindest sammelt sich hier so langsam ein bisschen was an. Hits haben wir jetzt noch nicht gern so viele, aber kommt auch langsam. So, die Kartoffkis gehen natürlich hier rein. Und, die Krasantäne haben wir hier. Stapel also bis 500. Ist okay. Ist okay. So, Lehm kann hier wieder rein. Und unser Kaffelpulver haben wir hier mit drin. Stapelt auch nur bis 500. Hat sich aber auch gut was angesammelt. Das ist schön. Dann haben wir unsere Felder hier alles fertig. Den paar starten. Ein Träumchen. Und ich weiß, wir haben jetzt nicht wirklich viel gemacht in der Folge. Wir waren eigentlich jetzt die ganze Zeit nur beschäftigt mit Wegräumen, Verkaufen und Feldern machen. Wasser wollte ich nur holen. Aber, das muss es heute leider auch mal gemacht werden. Wenn man halt mal längere Zeit unterwegs ist, bleibt halt zu Hause so einiges liegen. Jetzt haben wir auch gleich schon wieder Nacht. Deswegen werden wir nächste Folge hier erstmal ein bisschen weiterbauen. Ich weiß noch nicht, ob wir Hotbase oder Hewa dabei machen. Beides ist wichtig. Aber wir werden jetzt auch weiterbauen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wann wir Hotbase haben. Ich glaube, Tag 105. Aber ich würde gerne vorher noch eine Sechser reinschieben. Vielleicht konntestellig. Aber wenn wir ein bisschen Geld kommen, weil wir brauchen für die Horden bis jede Menge Sachen. So, das rohe Trinken kann ich hier rein, mein Freund. Eh, das wollte ich. Danke. Und hier geht auch nochmal Wasser mit drin. Ach, haben wir aber auch wieder ein bisschen was angesammelt. Den bedanke ich mich natürlich trotzdem bei euch. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir hören uns morgen wieder. Tschüssi. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017